Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Erstmal möchte ich vorweg sagen, entschuldigt meine etwas kritische Stimme, aber ich bin immer noch erkältet. Aber deswegen kann ich nicht aufhören aufzunehmen, deswegen legen wir jetzt einfach mal los und hoffen, dass die anderen mehr reden müssen als ich im Moment. Sich seinem Feldzug anzuschließen. Wer sich weigert, stirbt. Er muss aufgehalten werden. Zum Wohle meinesgleichen ebenso sehr wie zu dem euresgleichen. Sai sagte, ihr braucht Hilfe bei etwas. Die Worte eines Drachen haben eine Macht, die nur wenige Sterbliche begreifen. Wenn wir einen Eid schwören, sind wir daran gebunden. So ist es unser Brauch. Der Drache Yagrondou hat geschworen, mir in Notzeiten zu helfen. Wir müssen ihn aufsuchen und an diesen Eid erinnern. Ihr wollt, dass Yagrondou sich uns anschließt? Ja, doch ich weiß nicht, wo er sich versteckt. Ich überlasse es euch, das herauszufinden. Denn die alten Drachengardisten waren Fee-Gefährten-Sucher. Holt euch Hilfe von einem Gefährten, der dieses Land gut kennt und lasst euch von ihm führen. Nun geht, Jägerin, findet Yagrondou. Ich werde mir einen Gefährten aussuchen, der mit Elsbayer vertraut ist und nach Yagrondou suchen. Um Yagrondou zu finden, braucht es mehr als nur Tapferkeit. Man muss sein Können unter Beweis stellen. Ich bin gespannt, wie es euch und euren Gefährten dabei ergeht. Wie könnt ihr wissen, dass Yagrondou uns helfen wird? In der Zeit vor der Drachengarde ging Yagrondou einem mächtigen Drachenjäger in die Falle. Ich traf ihn verletzt und in die Ecke gedrängt und bot ihm meine Hilfe an. Zu einem Preis. Da er wusste, dass sein Leben sonst verwirrt gewesen wäre, willigte er Zähne knirschend ein. Also steht er an eurer Schuld, weil ihr sein Leben gerettet habt? Meine Art nennt es einen Sosmir, einen Blutbund, ein unzertrennliches Band, das stärker als jeder Eid ist, den ein Sterblicher schwören könnte. Yagrondou ist durch Magie, die älter als alles ist, was ihr kennt, daran gebunden, seine Schuld zu begleichen. Wenn ihr ihn findet, schließt er sich unserer Sache an. Okay, das hört sich doch schon mal positiv an. Sprecht mit euren Gefährten. Moment, aber nicht mit Zai. Na gut. Aber er ist doch auch einer meiner Gefährten. Wieso darf ich mit ihm nicht sprechen? Wir sind Teil der Drachengarde, Aelia. Das ist kein Diener. Ich glaube immer noch, dass wir fragen sollten, bevor wir sie anlegen. Aber sie steht euch so gut. Mir fällt das jetzt, der Sau, wie klein dieser Kajit eigentlich ist. Das ist Wahnsinn. Ähm. Seht, was wir gefunden haben, Wanderin. Saji muss schon sagen, die Drachengarde hat auf jeden Fall Stil. Auch wenn dieser entschieden hat, ein paar Änderungen vorzunehmen. Nun, wie sieht unser nächster Schritt aus? Welches Ass hat unser Drachenfreund im schuppigen Ärmel? Es gibt noch einen Drachen, der uns helfen könnte. Aber wir wissen nicht, wo wir ihn finden. Ein verschwundener Drache? Dann werdet ihr in den Tempel von Kenarthys Odem gehen müssen. Die Priester dort können allerlei Dinge finden, wenn ihr für ein gutes Ziel kämpft. Dieser ist sicher. Sie hätte nichts dagegen, der edlen Drachengarde zu helfen, ein großes Übel zu bekämpfen. Wo ist der Tempel von Kenarthys Odem? Südlich von Schwarzhön, dem Dorf von Sajis Kindheit. Folgt einfach dem Läuten der Glocken, ja? Ihr könnt es kaum verfehlen. Ich treffe euch in Schwarzhön. Saji wird euch dort treffen? Ah, ja, natürlich. Dieser ist schließlich euer örtlicher Fachkater. Er hatte nur einfach nicht erwartet, dass ihn seine erste Mission für die Drachengarde zurück nach Schwarzhön führen würde. Er war nicht mehr dort, seit er... Nun, seit er fortgegangen ist. Erzählt mir mehr über den Tempel von Kenarthys Odem. Kenarthi ist die Göttin des Windes. Sie führt die Kajid und sorgt dafür, dass unsere Schiffe sichere Häfen erreichen und unsere Seele die Sande hinter den Sternen. Dank Kenarthys Macht können die Priester uns zu dem führen, wonach wir suchen. Wie werden sie uns führen? Es hat irgendwas mit den Glocken zu tun, glaubt Saji. Er hat das Ritual natürlich noch nie gesehen. Es wird nur in Zeiten höchster Not durchgeführt. Zum Beispiel, wenn die tapfere Drachengarde einen Drachen finden muss, ja? Erzählt mir mehr über Schwarzhön. Das einzig Bemerkenswerte an Schwarzhön ist, wie wenig Bemerkenswert es ist. Dort passiert wirklich nie etwas. Die Dorfbewohner bemalen die Mauer des Lebens und die Priester beten zu Kenarthi, um Führung zu erhalten. Es ist alles sehr eintönig. Die Mauer des Lebens? Ein großes Wandgemälde. Jeder Einheimische fügt ihm etwas hinzu, ehe er stirbt und bewahrt so seine Geschichte für kommende Generationen. Saji erinnert sich noch daran, sie als Jakajid angestarrt zu haben. Die Geschichten der Ahnen von diesem brachten Saji zum Nachdenken. Das sollte es schon gewesen sein. Was meint ihr? Händler, Weber, Fischer und Bauern. Es gab keine Geschichten über Helden. Keine ruhmreichen Taten oder Abenteuer. Saji sah am Wandgemälde nur ein Leben, das zu langweilig war, um es auch nur in Erwägung zu ziehen. Also ist dieser weggelaufen und hat nie zurückgeschaut. Mit ihr darf ich nicht reden? Ihr reist mit Saji? Dann gehe ich auch. Ich würde nicht wollen, dass er sich irgendwelchen Ärger einhandelt, nun da ein offizielles Mitglied der Drachengarde ist. Okay, na gut, dann... Es ist beschlossen, auf nach Schwarzen! Und ich komme mit euch. Was? Ihr traut Saji nicht zu, dass er das schafft? Nicht im Geringsten. Übrigens, was ich, glaube ich, in der letzten Folge erwähnt hatte... Schaut dort! Die Herrscherin dieser verzogenen Pellingar-Gören! War die Sache mit den Dailies, die man hier machen kann. Und wie ihr seht, er ist jetzt bereits freigeschaltet. Und wie man oben in der Leiste auch sehen kann, schieß Bari, die Hauerin, mit der wir gesprochen hatten, die große Kajit-Dame. Wobei die jetzt nicht Kajita heißen, sondern anders. Die ist jetzt auch freigeschaltet. Da könnt ihr dann die Drachen annehmen, die Drachen-Quests. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen, ich glaube, hier oben hin, ne? Bei den Schwarzhöhen, genau. Das heißt, ich muss mir das hier oben eigentlich freilegen. Und habe absolut nichts in der Nähe. Deswegen sehen wir uns gleich dort wieder. So. Da werden wir der Tempel von Kinartis Odem. Heimsüßer Winde und angenehmer Windspiele. Saji, mir gefällt euer Ton nicht. Gibt es etwas, was ihr uns sagen wollt? Hi, Herr Gute. Dieser hat sein Zuhause womöglich nicht unter den besten Umständen verlassen. Oh, es tut mir leid, Saji. Ich wollte nicht zu neugierig sein. Wollt ihr draußen warten? Liebliche Aelia, eure Worte sind lindernder Balsam. Mit euch an Sajis Seite kann er alles schaffen. Gehen wir hinein. Oh. 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 Oh nein. Oh nein, 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 nein. Mutter, es ist so lange her. Raus, raus aus diesem Tempel. Mit eurer bloßen Anwesenheit entehrt ihr, Kinarti. Bitte, es ist wichtig. Wir versuchen, ganz Elsweyr zu retten. Dann wird diese mit euren Gefährten sprechen. Was euch angeht, raus. Saji, wartet raus. Hat noch jemand die Kerze gerade im Hintergrund gesehen, wie die sich ausgestrickt hat? Ah. Saji behauptet, ihr wollt Elsweyr retten, ja? Fadali glaubt nichts von dem, was aus dem Maul dieses frechen Jungen kommt. Doch ihr solltet nicht anhand seiner Schwächen beurteilt werden. Warum seid ihr hierher gekommen? Elsweyr ist in Gefahr. Wir suchen den Drachen Jagrondu, damit er uns bei der Rettung hilft. Ein edles Vorhaben. Leider wird dieser Tempel nur wenig helfen können. Wir haben vor vielen Jahren eine unserer heiligen Tempelglocken verloren. Seitdem konnten wir Kinarti nicht mehr um Führung bitten. Was ist der Tempelglocke widerfahren? Tadalis Jecosid von einem Sohn hat sie gestohlen. Deshalb ist Saji nicht mehr in diesem Tempel willkommen. Doch Kinarti zeigt Gnade in allen Dingen. Sogar beim Verrat. Wenn ihr die Glocke findet und zurückbringt, wird diese euren Drachen suchen. Na gut, ich werde sehen, ob ich eure Glocke zurückbringen kann. Sobald ihr die Glocke zurückbringt, wird Tadali die Winde von Kinarti anrufen, damit sie euch zu dem führen, was ihr sucht. Sollte alles gut gehen, werden sie euch zu diesem Drachen bringen. Erzählt mir vom Tempel von Kinarsis Odem. Dies ist ein Ort der Verehrung, der Kinarti geweiht ist. Der Göttin der Winde. Sie füllt die Segel der Kajid und lenkt unsere Schiefe in sichere Häfen. Sie trägt die Seelen der Verstorbenen zu den Sanden hinter den Sternen und führt unsere Helden zu Ruhm. Und Kinarti hilft euch, Verlorenes wiederzufinden? Wir beten zu Kinarti, damit sie ihr Wissen mit uns teilt. Denn ganz Tamriel spürt die Liebkosung ihrer Winde. Wir üben uns darin, ihre Worte im Läuten unserer heiligen Glocken zu hören. Durch sie können wir finden, was verloren ist. Deshalb müsst ihr Saji dazu bringen, die Glocke zurückzugeben. Ich möchte gern mehr über diesen Vorfall mit Saji hören. Warum Saji ein solches Sakrileg begehen sollte, geht über die Weisheit von dieser hinaus. Es war nicht so, dass Tadali überrascht gewesen wäre, als er fortging. Jeder konnte sehen, dass ihm die Reiselust in den Pfoten juckte. Doch etwas aus unserem heiligen Tempel zu stehlen. Warum habt ihr angeboten, uns zu helfen, wenn ihr immer noch so zornig auf Saji seid? Tadali wurde nicht dadurch Clanmutter von Schwarzöen, dass sie einen Groll hegte. Jeder, der danach trachtet, Eidsweihe gegen diese schrecklichen Drachen beizustehen, hat unsere Hilfe verdient. Selbst wenn das bedeutet, sich mit Tadalis betrügerischem Sohn herumschlagen zu müssen. Ja, dann sprechen wir mal mit Saji. Man würde meinen, eine Mutter würde ein bisschen nachsichtiger, wenn sie erleben, den göttlichen Weid. Nun, was hat sie gesagt? Saji hatte Schwierigkeit, in eurem Gespräch von der anderen Seite des Tores auszuhören. Sie wird uns helfen, aber wir müssen eine gestohlene Tempelglocke zurückbringen. Gestohlen? Das ist aber nicht genau das Wort, das Saji verwendet hätte. Trotzdem sie zurückzubringen könnte kniefelig werden. Um die perfekte Sprung kaufen zu können, verkaufte Saji die Glocke an einen Skoma-Baron, Basahar den Bullen. Bei diesem Handel waren gewisse Versprechen im Spiel. Was für Versprechen? Saji hat wohl auch erwähnt, dass die Glocke benutzt werden kann, um Dinge zu finden, was durchaus wahr ist. Natürlich hatte dieser keine Ahnung, wie man die Glocke so verwendet. Basahar war nicht erfreut, als er das erfuhr. Also ist Basahar wütend auf euch? Richtig mordlustern. Saji hat sich angewöhnt, stets zu wissen, wo Basahar ist, um ihm aus dem Weg gehen zu können. Derzeit versteckt er sich beispielsweise im Mondscheingewölbe. Wenn wir die Glocke wollen, müssen wir uns reinschleichen und sie zurückstehlen. Nun gut, gehen wir ins Mondscheingewölbe und holen diese Glocke. Das Mondscheingewölbe ist gleich südlich von hier unmittelbar an der Küste. Ein schöner Ort für einen Besuch, wenn man über die Skoma-Händler und die Piraten, die dort herumlungern, hinwegsehen kann. Erzählt mir mehr über das Mondscheingewölbe. Das Wasser des Gewölbes ist von Mondlicht erfüllt. Viele kommen, um davon zu trinken. Wegen seiner heiligen Eigenschaften, wisst ihr? Wenigstens war das früher so. Jetzt hat ein Skoma-Baron alles übernommen. Er erhebt einen Alleinanspruch auf das heilige Wasser und greift jeden an, der hinkommt. Was will denn ein Skoma-Baron mit dem heiligen Wasser? Bazar hat irgendeinen abgedrehten Plan. Wahrscheinlich denkt er, dass die mondbeschienenen Wasser für noch stärkeren Mondzucker sorgen, was wiederum für noch stärkeres Skoma sorgt. Doch was weiß Saji schon über Skoma? Weniger als man meinen möchte, ja. Wurmgewölbe kann ich Bazar finden? Keine Ahnung. Saji weiß nur, dass er dort ist. Aber Saji hat auf einen näheren Blick bislang verzichtet. Wir werden einfach tun müssen, was Saji am besten kann. Improvisieren! Ihr sagtet, dass ihr die Glocke gestohlen habt, um euer Schiff zu kaufen. Zu Sajis Verteidigung muss man sagen, dass er in jener Nacht eine Menge Dinge gestohlen hat. Woher sollte er denn wissen, dass die Glocke so wichtig ist? Der Tempel hat so viele von denen. Er dachte, dass seine Mutter sie einfach ersetzen würde. Es scheint, dass die Glocke unersetzlich ist. So sagt es Mutter. Aber wie besonders kann denn eine winzige Glocke sein? Saji meint, dass sie ihn nur bestrafen will. Sie lässt ihn durch das ganze südliche L2 laufen, um zu zeigen, wie leid es ihm tut. Und das wird er auch. Für die Drachengarde. Doch das heißt nicht, dass er Lust dazu hat. Ich glaube, das hätten wir alle nicht, wenn wir das machen müssten. Muss ich nochmal mit denen sprechen? Nee, betretet das Mondscheingewölbe. Das befindet sich hier unten. Das heißt, ich muss wieder komplett reiten. Und das heißt für uns, wir sehen uns gleich dort wieder. So, wir sind so gut wie da. Jetzt müssen wir nur noch durch den Eingang. Dunkle Monde. Nee, nix Dunkle Monde. Und da sind wir. Heilige Wasser der leuchtenden See. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Also, wir müssen nach rechts runter. Das ist hier so ein bisschen unübersichtlich mit mehreren Ebenen. Da müssten wir aber eigentlich runter springen können. Und dann geht's ins Geheimversteck, wenn ich das richtig im Kopf hab. So, hier scheint vor uns auch schon einer gewesen zu sein. Das ist immer gut. Also, gut, wenn wir schnell hier durchkommen wollen. Da müssen wir runter. Da hinten können wir nochmal kurz hin. Oh, geht er hoch. Komm. Basti macht seinen Job mal vernünftig. Das ist doch schön. Er soll ja die anderen aufhalten. So, jetzt müssen wir nochmal eben schauen, wie wir hier am besten runterkommen. Oh, spring doch einfach da rüber. Nein, nicht runter. Rüber. Rüber. Das war nicht ganz so geplant. Ich weiß auch nicht genau, wo Basti ist, aber wir gehen mal hier rein. So, das oder das? Irgendwelche Ideen? Ihr habt einen Schlüssel zu Bazaars Versteck? Damals war es noch nicht sein Versteck, aber ja. Nun, nein. Saji hat den Schlüssel nicht, aber er weiß, wo er ihn gelassen hat. Kommt, Wanderin. Saji hat hier in der Nähe eine Schatulle versteckt. Diese Leiter, sie sollte hier ihr Gipro sein. Es wäre auch zu einfach gewesen. Ähm. Wieso rennt er jetzt nach da hinten? Weil er da hochlaufen will, oder wie? Aber der kann doch hier auch hochlaufen. Ne, kann er nicht. Das ist die Brücke. Ja, 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 ja. Ich weiß, wo er... Ich weiß, wo er rum ist. So, Hallöchen. Euch muss ich leider mitnehmen, weil sonst steht ihr in der gleichen Weg. Ach, das habe ich gehasst. Das habe ich richtig gehasst. Entweder komme ich direkt auf die Lösung, oder ich, äh, brauche etwas länger. Habt ihr irgendeine Idee, wie wir zu der Nische kommen? Gibt es noch etwas, was ich wissen sollte, bevor ich das hier mache? Ah, mehr Ratschläge, mehr Ratschläge. Ah, es gibt einen Kletterpunkt an der Kante eines Gerüsts in der Nähe. Ziel darauf und lass dann die Armbrust die ganze Arbeit machen. In Ordnung. Ich werde die Kletterarmbrust benutzen, um die Nische zu erreichen und nach dem Schlüssel zu suchen. Denkt daran. Sucht nach einer Schatulle. Darin hat der junge Saji seinen liebsten Besitz verstaut. Nun, bevor er die perfekte Sprung hatte. Saji wird von hier unten aus Wache halten. Wir haben nur eine Kletterarmbrust, ja? Erzählt mir mehr über diesen Schlüssel und die Geheimkammer. Saji wurde langweilig, weil er seine gesamte Zeit im Tempel verbrachte. Das ganze Beten und Fägen und Singen. Also kam Saji hierher. Er versteckte sich hoch oben in einem Alkofen, damit die Mondpriester ihn nicht finden, und stahl sich einen Schlüssel, um die Hinterzimmer erforschen zu können. War eure Mutter nicht zornig, dass ihr eure Pflichten im Tempel vernachlässigt habt? Ach ja. Immer wenn er nach Hause kam, fauchte sie und blickte finster drein, ob Saji's lästerlicher Missachtung seiner Aufgaben. Irgendwann erkannte Mutter, dass es am besten für uns beide war, wenn wir möglichst wenig voneinander sahen. Seid ihr deshalb endgültig aus Schwarzhöhnen fortgegangen? Weil ihr dachtet, eure Mutter wollte euch forthaben? Saji ging, weil er ein Leben als Abenteurer führen wollte. Die hohe See hat viel mehr zu bieten als eine kleine Stadt wie Schwarzhöhnen. Doch dieser gibt zu, dass seine angespannte Beziehung zu seiner Mutter zu einem schmerzlosen Abschied führte. So. Jetzt sind die auf der anderen Seite. Das Problem ist, wir müssen da hochkommen. Findet einen Weg hinauf, findet den Schlüssel. Ähm. Ich bin gerade am überlegen. Ich meine, man musste sich nur hochziehen. Aber ich hatte immer das Problem, dass das nicht so richtig funktioniert hat und ich keinen Punkt gefunden habe. Also habe ich noch einen Weg gesucht, da hoch zu laufen. Doch, da ist aber das Ding. Da. Da. Nein, ich kann nicht drücken. Warum kann ich nicht eh drücken? Wollt ihr mich hier veräppeln? Hallo? Aber von der Seite aus müsste ich es eigentlich können. Greift mich da jetzt irgendwas an, wenn ich da unten stehe? Und hier drauf vielleicht? Oh, Leute. Oh, es hat mal geklappt. Äh, da ist der nächste Punkt. Sehr schön. Und ich weiß noch, wie ich ganz am Anfang hier wie blöde durch alle Gänge gelaufen bin. Um dann irgendwann festzustellen... Äh, mit... Achso, wieder zum Unterschlupf. Ja, oh. War ein bisschen tief. Das ist eigentlich auch ein bisschen tief, aber das haben wir ja schon mal gemacht. So. Was? Bleibt windwärts von Basahar. Ist ein fauliger Atem. Ätzt einem glatt die Seepocken vom Schiffsrumpf. Das ist der Basahar der Bulle. Schnappt ihn euch, Wanderin. Achso, der. Muss ich mir den schnappen? Ich muss doch eigentlich nur die Sachen holen. Da hat die Tempelglocken. Das alte Stinkmaul hat die Glocke tatsächlich behalten. Ja. Man muss ihn nicht schnappen. Ich gehe dann schon mal. So geht's auch. So, äh, kehrt zurück zum Tempel zurück. Das werden wir mal eben machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir haben die Glocke, Mutter. Unter großer Gefahr für Leib und Leben haben wir uns heldenhaft den Weg freigekämpft. Schluss mit der Angeberei. Lasst eure Freundin die Glocke an den Haken hängen. Tadali will sie sich ansehen. Ihr habt die Glocke, oder? Sagt Saji nicht, dass ihr sie abfallen lassen? Der hat ja viel Vertrauen in mich. Nein, nein. Das geht so nicht. Die Glocke ist angelaufen. Sie kann das Ritual so nicht durchführen. Darüber hat sich Tadali Sorgen gemacht. Unsere heiligen Glocken müssen einmal in jedem Mondzyklus geläutert werden. Doch die, die ihr zurückgebracht habt, war viele Jahre fort. Wir müssen ein Reinigungsritual durchführen. Wie funktioniert dieses Ritual? Wenn ihr bereit seid, Hilfe zu leisten, kann diese den Verlauf des Läuterungsrituals durchgehen. Doch ihr müsst ruhig sein und euch ihre Anweisungen ganz genau anhören. Ich werde euch bei diesem Reinigungsritual helfen. Erst müssen wir Kinartis Atem lauschen. Doch nicht nur dem Wind, nein, sondern ihrem heiligen Odem. Und wie lange wird das dauern? So lange wie nötig. Heilige Rituale darf man nicht überstürzen. Wir versuchen, Elsweyr zu retten, Mutter. Es muss einen schnelleren Weg geben. Gut. Wenn ihr meint, ihr könnt die Glocke schneller läutern, dann nur zu. Er wartet bloß keine Hilfe von dieser. Sagi... Sagi nimmt das auf seine Kappe. Er hat es vermasselt. Mutter mochte es nie, wenn er sie unterbricht. Dieser bezweifelt, dass sie jetzt besonders begierig darauf sein wird, uns zu helfen. Wie werden wir die Glocke denn jetzt reinigen? Wir tun, was Sagi am besten kann. Wir improvisieren. Bei Glocken geht es immer ums Läuten, ja? Vielleicht finden wir es heraus, wenn wir es einfach ausprobieren. Oder sowas in der Art. Oder ihr könntet euch bei eurer Mutter entschuldigen und sie bitten, uns zu helfen. Hört mal. Dieser hat einen Großteil seiner Kindheit damit verbracht, seine Mutter zu nerven. Es braucht eine ganze Weile, bis sie sich beruhigt, wenn sie erstmal aufgebracht ist. Also könnten wir in der Zwischenzeit Sagi's Methode probieren. Gut. Wir versuchen, das Reinigungsritual selbst durchzuführen. In Ordnung. Sagi hat seine Mutter die Glocke schon tausendmal läuten sehen. Man drückt einfach hier. Hm. Damit hat Sagi nicht gerechnet. Halt! Halt! Die großen Glocken im Innenhof haben Laternen in den gleichen Farben. Habt ihr das gesehen? Immer dann, wenn die Glocken in einer bestimmten Weise läuteten, leuchtete eine Laterne. Jetzt, wo dieser so darüber nachdenkt, sind diese Laternen nicht auch auf den großen Glocken? Vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Könnt ihr die Glocken noch einmal läuten? Ich will sehen, wie die Laternen leuchten. Natürlich. Seht einem Meister bei der Arbeit zu. Versucht es noch mal. Sagi weiß, ihr könnt es schaffen. Also gelb, blau, grün, rot, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Okay. Läutert die Tempelglocke. Das sind vier, ne? Ja. Äh, gelb, gelb, gelb. Das ist grün. Rot. So, gelb. Das hört sich ja schlimm an. Blau. Blau, blau, blau. Äh, grün. Und rot. So, frage ist, wo ist sie? Das war wunderbare Arbeit. Kommt, Wanderin. Sprecht mit Tadali. Sagi ist Ungezogenheit außer Acht gelassen. Ihr habt die Glocke geläutert. Tadali wird jetzt wie versprochen das Ritual durchführen und den Drachen Jadron Du finden. Und danach werdet ihr und eure Gefährten diesen Tempel verlassen, ja? Wir machen uns auf den Weg, sobald ihr uns sagt, wohin wir müssen. Nun, Kinarti teilt nur mit, was ihre Winde finden können. Visionen, Gerüche, vielleicht eine vage Richtung, wenn wir Glück haben. Es erblickt dann euch, den genauen Ort auszumachen. Ihr könnt ja Grundus genauen Aufenthaltsorten nicht bestimmen, sondern nur eine Ahnung davon bekommen, wo man suchen muss. Durch die süßen Winde Kinartis und das Läuten der Glocken erfahren wir, wo ja Grandu haust. Die Winde reisen nach Süden, brausen über Kalksteinklippen und sinken in eine Höhle voller Salzwasser. Sie streifen die Macht eines Drachen, um sich in einem schrecklichen Licht aufzulösen. Die Zeit wird knapp, Jägerin. Was habt ihr erfahren? Lad Wulons Anhänger schwärmen über den Himmel aus. Je länger ich bleibe, desto größer ist die Chance, dass ich entdeckt werde. Sagt mir, habt ihr Jagrondu gefunden? Jagrondu ist in einer Mine an der südlichen Küste. Es gibt Kalksteinen in der Nähe. Hm. Im Süden liegt ein großer Kalksteinsteinbruch. Lad Wulon und seine Anhänger halten ihn besetzt, auch wenn ich nicht weiß, warum. Merkwürdig, dass Jagrondu jetzt dort sein sollte. Vielleicht hat sich Jagrondu mit Lad Wulon verbündet. Unwahrscheinlich. Jagrondu ist durch seinen Eid noch immer an mich gebunden. Er würde sich nicht meinem größten Feind anschließen. Macht euch zum Kalksteinsteinbruch auf und sucht nach dieser Mine. Ich treffe euch dort. Wir treffen uns im Kalksteinbruch. Wenn ihr Lad Wulon begegnet, versucht nicht, gegen ihn zu kämpfen. Unsere Allianz endet, sobald ihr sterbt. Saji, lasst Taisa Han wissen, wohin wir gehen. Wir brauchen vielleicht seine Hilfe. Natürlich! Dieser wird heldenhaft in Boten spielen! Saji sagt das nicht oft, aber seid vorsichtig, ja? Die Lage ist nicht gerade gut. Ja, da hat Saji sicher recht. Das heißt, dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir uns dann in der nächsten Folge am Zielort wiedersehen werden. Bis zur nächsten Folge! Ciao! Vielen Dank für dein Like! Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.